Produktdimensionen und Elemente der Produktgestaltung Im Rahmen der Produktgestaltung müssen die Wünsche und Ziele bzw. Bedürfnisse der potenziellen Kunden mit berücksichtigt werden. Und je besser die Bedürfnisse der Kunden mithilfe der Produkte bzw. der Dienstleistungen getroffen werden, umso größer ist in weiterer Folge auch die Erfolgswahrscheinlichkeit. In der heutigen Zeit ist es darüber hinaus nicht mehr ausreichend, nur den klassischen Grundnutzen zu liefern, sondern darüber hinaus muss man auch noch einen Zusatznutzen bzw. Zusatzleistungen liefern, um die Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen. Sehen wir uns diese unterschiedlichen Produktdimensionen nun etwas genauer an. Grundsätzlich können wir drei Produktdimensionen unterscheiden. Einerseits den Produktkern mit dem Grundnutzen, andererseits die Zusatzleistungen und zu guter Letzt und als dritte Dimension ist der Zusatz Nutzen zu nennen. Sehen wir uns das Ganze jetzt am Beispiel eines Smartphones an. Als Grundnutzen eines Smartphones kann die klassische telefonische Erreichbarkeit sowie die aktive Telefonie und das unabhängig vom jeweiligen Ort, an dem man sich aufhält, verstanden werden. Ganz am Anfang, wo die Mobiltelefone auf die Marke gekommen sind, war das ausreichend, um das Produkt zu verkaufen. In der heutigen Zeit und mit der technologischen Weiterentwicklung ist heute eben nicht mehr ausreichend, nur diesen Produktkern mit dem Grundnutzen zu liefern. Aus diesem Grund müssen wir beim Smartphone auch Zusatzleistungen anbieten. Und hierzu zählen zum Beispiel eben der Download von diversen Apps, also dass sie beispielsweise auch Musik hören kann, das Ganze als iPod beispielsweise verwenden kann oder auch, dass die Software ein regelmäßiges Update erhält. Und zu guter Letzt benötigen wir in der heutigen Zeit, um die Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen, auch noch einen Zusatznutzen. Und dieser Zusatznutzen wäre jetzt beispielsweise beim Smartphone eben auch ein ansprechendes Design oder individuelle Anpassungsmöglichkeiten, wie beispielsweise in der Farbe oder gegebenenfalls auch in der Größe des Speicherplatzes oder in der Größe des Displays. Ja, soviel einmal zu den Produktdimensionen. Und darüber hinaus muss ich mir als Unternehmen, wenn ich ein neues Produkt entwickle, beziehungsweise ein neues Produkt gestalte, die Elemente der Produktgestaltung mit berücksichtigen. Und diese Elemente der Produktgestaltung haben wir hier rechts dargestellt. Hierzu zählen einerseits einmal das Design, beziehungsweise die Garantiebedingungen von Produkten. Darüber hinaus zählen hierzu auch technische Eigenschaften und die Einbindung in das Sortiment. Des Weiteren muss ich mir Gedanken über die Verpackung machen, beziehungsweise über das Image des zu verkaufenden Produktes. Und zu den letzten beiden Elementen der Produktgestaltung gehören dann eben noch Qualitätsmerkmale oder auch zusätzliche Services oder Kundendienste. Zusammengefasst bleibt nur einmal zu sagen, wenn ich Produkte erfolgreich verkaufen möchte, dann ist es unerlässlich, dass ich im Rahmen meiner Produktgestaltung einerseits auf die Produktdimensionen und andererseits auf die Elemente der Produktgestaltung wertlege und mir dementsprechend über alle einzelnen Bereiche Gedanken mache.